Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Grüße dich. Wow, heute müssen wir doppelt schnell sprechen. Wir sind unter Druck heute. Die Zeit rennt. Nein, die Zeit nehmen wir uns jetzt. Die Zeit nehmen wir uns. Nein, aber wir haben heute wirklich heftigen Drehtag. Aber ich mag das auch, so an einem Tag richtig, was ist so, richtig Gas geben. Kannst du sechs Tage wieder schlafen. Ja, sechs Tage schlafen, sechs Tage nur Austern schlürfen. Ich habe mir was Schönes überlegt für dich, weil ich wenig Zeit hatte, um fundamental ... Ja, das mache ich heute. Ja, das ist genau, das wusste ich, dass du ... Ich habe mich um die anderen Sachen gekümmert. Deswegen jetzt, was brennt mir auf den Nägeln? Comeback von Stefan Raab. Hast du gesehen den Kampf? Ja, so halb. Ja, es war ... Es ist irgendwie faszinierend. Ich gucke mir sowas auch nie an, aber irgendwie bei Raab guckt man es sich an. Man denkt sich auch zwei Stunden, naja, eigentlich ein ganz schöner Mist, aber irgendwie ist es trotzdem lustig. Und ja, irgendwie mag ich ihn auch. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich mochte den eigentlich schon immer ganz gerne. Ja, er ist halt ... Er macht halt ... Immer noch Fernsehen wie damals. Also es war ... Er hat auch in seiner ersten Show ... Ich habe mir den Anfang angeguckt zu den ersten 20 Minuten. Es war wirklich, ja, wie damals. Ich bin mal gespannt, ob das am Ende so ein Erfolg ist, weil die neue Generation, Generation TikTok, die hat eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne. Und ich merke das ja auch schon. Ich bin ja mit Fernsehen groß geworden. Aber mittlerweile, deswegen kann ich auch keine Filme mehr gucken. Aber er hat ja diese Meme-Kultur gerade. Also eigentlich ist das ja gut, weil es ist viel, klein, klein. Aber zum Beispiel der Boxkampf, was war das, drei Stunden? Ja gut, das war ... Das ist in der TikTok-Welt, ist das ... Das stimmt. Das nervt mich aber auch unglaublich. Es ist von RTL einfach ein krasser Move, das Streaming so aufzuwerten. Ja, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Weil viele ... Man denkt sich ja so, oh, jetzt ist das nur bei RTL Plus. Da bin ich gespannt, ob das entweder am Ende ein richtiger Schwachsinn wird oder ob es ... Gefühlt ist es irgendwie nicht so der Bringer. Aber ich bin gespannt auf die Strategie. Ich habe auch gleich noch zu Rapp, ich finde das ja super, wie mittlerweile gewarnt wird vor ihm. Weil ich meine, der Humor ist vielleicht teilweise flach. Ja, das würde ich jetzt auch unterschreiben, aber der ist ja flach gegen alle. Mittlerweile wird ja auch von sehr vielen, ich habe das auch letzte Tage wieder gesehen, was da alles gewarnt wird, was auch dieser Boxkampf, dass das eigentlich nur eine ... Das war sehr schön auf TikTok, habe ich das gesehen. Eigentlich ging es nur darum, um Frauen abzuwerten und schlecht darzustellen. Also ich finde das ... Die wurden auch alle gezwungen, auch Regina Halmich wurde gezwungen zu boxen. Ja, ich glaube, die Halmich hat, ich weiß nicht, ob das stimmt, 600.000. Habe ich auch gelesen, ja. Die Arme. Die Arme. Und sie wurde auch, sie durfte es auch nicht freiwillig machen und dann musste sie auch noch zehn Minuten im Ring stehen bei einem Spaßkampf. Nee, Spaß beiseite. Für sie war das schon auch ein großer Auftritt. Da, glaube ich, ist man schon nervös nach langer Zeit. Ich fand das Boxen wirklich faszinierend, weil du siehst einfach, Halmich ist ja wie alt, Ende 40. 47. Und das ist Wahnsinn, die hat sich trotzdem ... Also wenn du jetzt gesagt hättest, die Box noch professionell, hätte ich sofort gesagt, ja. Also allein diese Bewegungen, diese Schnelligkeit noch. Und er ... Redklasse-Box. Er war ja gefühlt wie ... Das sah sehr langsam aus. Wobei er hat sich ein paar Mal erwischt. Jetzt, zum Beispiel eigentlich kommen wollte, ich habe mir ein Spielchen ausgedacht, das habe ich vor kurzem tatsächlich bei ... Gesehen, bei Schlag den Star oder wie das heißt. Ein Schätzspiel. Wir machen jetzt hier ganz kurz ein Spielchen mit dir. Du musst sagen, ja oder nein. Also es gibt quasi eine These, kann ich dir schon mal verraten, mehr Einwohner als Deutschland, ja oder nein. Ich lese dir Länder vor und dann, wenn du richtig hast, kriegst du hier ... Geld. Geld, aber sobald du falsch hast, ist alles weg. Alles weg. Ich bin sehr schlecht in Geografie. Das ist peinlich jetzt. Nee, das ist auch schwer. Das ist auch, glaube ich, für die Leute spannend mitzuraten. Deswegen habe ich es gemacht, weil es ist ... Ein paar Sachen sind wirklich sehr, sehr schwer. Mehr Einwohner als Deutschland, ja oder nein? Nein. Frankreich. Nein. War richtig. Frankreich 60 Millionen ungefähr. Mexiko. Mehr oder weniger. Kannst du auch einfach mehr oder weniger sagen. Statt ja oder nein? Mexiko. Da guck ich, ich sage ... Weniger. Das ist falsch, Död. Das ist schwach. Ja. 128 Millionen. Sehr schlecht. Jetzt kommt Fies, glaube ich, auf Argentinien. Argentinien hat weniger. Das ist gut. Da, glaube ich, würden viele spontan mehr sagen. Argentinien 47 Millionen nur. Russland? Russland hat mehr. Noch? Brasilien. Russland übrigens 143, sowas. Für Brasilien gäbe es einen Fünfhunderte. Ich glaube, Brasilien hat weniger. Das ist auch schwach. Das ist ja das einfachste. Brasilien, 212 Millionen. Na gut. Thailand. Die haben weniger. Das ist richtig. Ist aber ein knappes Höschen, nämlich 71. Ja. Also Deutschland, wahrscheinlich gar nicht halber, hat 84, glaube ich, mittlerweile. Thailand, 71 ist ja knapp. Äh, Vietnam? Weniger. Nee, ist falsch. Hätte ich auch tatsächlich ... Vietnam hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich jetzt auch ... Also, so hätte ich jetzt auch 50, 60. Vietnam hat 101. Tatsächlich Vietnam, finde ich, vielleicht sogar das Schwierigste. Iran? Und die haben viel. Auch unangenehm. Äh, die haben viel. Ich sag mal, ich kann eh nichts verlieren. Die haben knapp weniger. Knapp mehr. 92. Ich habe jetzt einfach die Zahlen genommen, die bei Wikipedia drinstehen. Südkorea? Weniger. Ja, gut. 52 Millionen. Ägypten? Weniger. Falsch. Echt? Hätte ich auch eher so ... Ägypten hätte ich auch eher so 60. Ägypten, Vietnam, fies. Finde ich wirklich ... Ägypten hat 116. Kanada. Das muss man wissen. Das ist falsch. Das ist schwach. 40 Millionen. Ja, ich ... Kanada und Australien sind zwar die größten ... Also, Australien sind die größte, aber sie sind groß, aber haben keine Einwohner. Australien hat, glaube ich, nur zu 20. Dann haben wir noch Marokko. Also, Kanada 40 Millionen Einwohner. Marokko 38. Richtig. Tolles Spiel. 200 Euro gewonnen. Ja. Ich behalte dich. Ich behalte dich. Nee. Fasching. Nix verdient. Nee. Geografie sehr schlecht bei mir. Nie mitbefacht. War okay, aber ... Ja, Brasilien und sowas. Brasilien war spart. Ja. Brasilien bin ich enttäuscht. Ja. Gerade du als Fußballfan ... Ja, dumm. Ich weiß gar nicht, warum das ... Warum sage ich weniger. Vietnam ist aber ... Nee, Mexiko ... War mir klar, Mexiko City ist verrückt. Aber ich dachte so, sonst ... Mir ist nichts eingefallen, wo die sonst irgendwie was haben können. Die genaue Zahl hätte ich jetzt nicht ... Ich hätte mehr getippt, weil ich weiß, dass Mexiko schon viel hat. Aber ich hätte jetzt auch ... Ich hätte eher so auch so Richtung 90, 100 so. Brasilien war peinlich. Stimmt. So, was brennt dir auf den Nägeln? Ich zerreiße Geld, Leute. Schönes Spiel. Also für alle, die jetzt uns ... Bevor uns jemand anzeigt ... Was sind schon 200 Euro? Pissgroschen. Pissgroschen. Das ist kein echtes Geld. Man muss ja auch sonst ... Also wirklich. Zum Beweis, bevor ... Es gibt ja so richtig schöne ... Wo steht das denn? Hier, Prop Copy. Hier steht es drauf. Prop Copy. Also der Beweis, Leute. Bevor hier ... Schön, wenn uns jemand anzeigt. Ihr hättet Milliarden Mike wirklich gesagt. Pissgroschen. Pissgroschen. Fand ich sehr geil. Ja, ich wollte ... Jetzt will ich mal die Seriosität hier reinholen. Ich ... Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich jetzt das Seriöse reinbringe. Hast du die ... Das Format ... Die 100. Gesehen? Ja, ich hab's mir fast ganz angeguckt. Ich hab mal ein bisschen durchgeskippt, aber ich hab mir die ersten 20 Minuten wirklich komplett ohne Pause reingezogen. Ich muss sagen, ich hab's nicht gesehen. Dann war ich ... Auf 180 schon? Nee, dann war ich irgendwie auf Twitter oder so. Oder ich hab's irgendwo ... Irgendwo hab ich gelesen, dass da sich ein Skandal anbahnt. Und hab darüber echt viel nachgedacht. Leute, für alle, die nicht wissen, worum es geht. Also, im ARD lief ein neues Format mit dem Herrn Zamperoni. Die 100. Und das Format finde ich eigentlich sehr, sehr geil, die Idee. Und zwar wurde die große Frage gestellt. Darüber kann man schon diskutiert. Eine Woche vor der Brandenburg-Wahl. Ist die AfD eine Gefahr für die Demokratie? So. Es wurden 100 Leute, ganz normale Bürger, hieß es. Die können sich bewerben. So hab ich das. Man konnte sich bewerben. Man kann sich übrigens jetzt auch für die nächsten Folgen bewerben. Angeblich wissen sie nicht, was das Thema ist. Genau. Angeblich. Du kannst dich bewerben. Naja. Ja, wird schon so sein. Aber finde ich auch irgendwie schon ein bisschen komisch. Du kannst dich bewerben. Und dann wirst du, wenn du Glück hast, eingeladen. Und dann bist du bei diesem Debatten-Format dabei. So. Einer von 100. Dann sitzen da 100 Leute, stehen 100 Leute. Und es werden Thesen aufgestellt. Und du musst dann quasi entweder auch zu plus 3 oder minus 3 gehen. Also sprichst du ... Also bist du dafür oder dagegen. So. Und dann ging's halt hin und her. Dann gab's noch zwei andere Moderatoren, die halt auf den Extremposition waren und Thesen in den Raum geschmissen haben. Genau. Die haben das irgendwie ausgelost. Also jeder hatte eine Aufgabe, quasi der eine Pro und der andere Kontraargumente finden. Und am Anfang wurde halt die Frage gestellt, ist die AfD eine Gefahr für die Demokratie? Und ich glaube, dann war es so 35, 65 irgendwie so. Ja, sowas. Oder 38, glaube ich, waren Nein. Und so viel. Ja. Ja, sowas. Also es war zwei Drittel circa haben gesagt, ja, sie sind eine Gefahr und ein Drittel Nein. Und am Ende der Show wurde die Frage, als viel debattiert wurde, Zampronis dann immer zu den Leuten gegangen, hat dann gefragt, wieso stehen sie hier, hier und da, war es dann so, dass fünf Leute mehr gesagt haben, okay, sie sind eine Gefahr für die Demokratie als vorher. Das hat sie ein bisschen verschoben, aber nicht fundamental, ein bisschen. Und das Ende der Show war ein Herr, ein Herr Schleiermacher, hieß er, glaube ich, der als Bürokaufmann dort dargestellt wurde, der gesagt hat, ja, die AfD ist ein Wolf im Schafspelz. Und dann wurde noch die Frage gestellt, ja, sie waren aber vorher woanders. Er war nämlich bei ganz anders, also er war, er ist von dem einen Extrem, nein, sie ist gar keine Gefahr, zum sie ist eine Riesengefahr, übergewechselt und gesagt, ja, sie ist ein Wolf im Schafspelz. Und nach der Diskussion ist mir das klar geworden. Ende der Show war das Schlusswort vorbei. Dumm nur, dass relativ später herausgekommen ist, dass dieser Herr Leihendarsteller ist. So. Und natürlich ist das das gefundene Fressen für alle, die es eh nicht so mit dem ÖRR haben. Das ARD hat auch schon ein Statement abgegeben, dass er nicht bezahlt wurde und dass es seine Nebentätigkeit ist. Und dass ja jeder eine Nebentätigkeit haben darf. Das war auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich meine, der kann ja theoretisch Bürokaufmann sein und dann halt. Ja. So. Ich war auf dem Instagram-Profil dieses Herren. Da steht nur das, ich war auch drauf. Ja. Also ohne dem Herren zu nahe zu treten, man merkt, er ist darauf aus. Ihm macht das, glaube ich, einfach super viel Spaß, vor der Kamera zu sein. Er scheint jetzt nicht der Talentierteste zu sein, aber er freut sich darüber sehr. Ja, so. Ja, das ist das schöne ausgedrückt. Eine sehr subtile und höfliche Beleidigung. Er war auch schon bei anderen Formaten, bei den Öffentlich-Rechtlichen und er war auch schon zum Beispiel bei First Dates. Ja, überall schon. So. Und jetzt war er halt dort. Und komischerweise ist er dann quasi, der das Schlusswort hat, von ganz, nein, AfD ist toll, bis hin zu AfD ist eine Gefahr. So. Die Frage ist jetzt, wollte er nur ins Rampenlicht? Hat die ARD ihn engagiert, das zu tun? Oder ist er, und das ist die Argumentation der ARD, einfach jemand, der sich beworben hat, weil er halt Informate will und sie wussten es nicht? Das ist ja so eher die Argumentation der ARD. Und ich möchte jetzt mal hier einmal die Rolle der ARD übernehmen und dann dir am Ende sagen, warum ich glaube, dass sie lügen. Die bekommen Bewerbung. So. Leute bewerben sich, sagen, was sie für einen Job haben, sonst was, gehen im Bewerbungsprozess durch. Und ich suche 100 Leute aus. Und ich gehe davon aus, es haben sich mehr als 100 Leute beworben. Dann habe ich ja die Verpflichtung zu gucken, okay, was das so für Leute sind. Vielleicht kann ich da ganz kurz was einwerfen. Ich weiß nicht, ob es da auch so läuft, aber ich wurde auch schon mal angefragt für das Format 13 Fragen vom ZDF. Und da war es so, dass man eben eine E-Mail kriegt, dann wird ein Vorgespräch geführt. So eine halbe Stunde war das ungefähr, dass die dich ungefähr einschätzen können, was du für Thesen hast, wo du stehst. Das ist die Frage, ob die das bei den 100 machen. Aber nur mal, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie sich das gar nicht angucken. Nein. Also du könntest ja auch 100 haben, die alle die gleiche Meinung haben. Also die gucken sich sicherlich an, wer da sich bewirbt. Der Sinn einer solchen Debatte, die Idee ist ja genial. 100 Leute, ungefähr zufällig, ausgewählte Leute an einen Ort zu holen, die offen debattieren. Du bist natürlich dann aber verpflichtet, ein möglichst heterogenes Bild abzubilden. Da habe ich auch gleich noch einen Punkt, aber führ du das erstmal aus. Übrigens, es war auch kein Dunkelhäutiger dabei. Also es waren nur weiße Menschen. Dass dir das auffällt, zeigt, dass du ein Rassismus bist. Nein, nein, aber jetzt mal, weil ich sagte gleich, wohin die Reise, glaube ich, geht. Und diese ganze Diskussion ballt sich gerade an diesen Herrn Schleiermeier. Wo man natürlich jetzt sagen kann, okay, vielleicht war es einfach ein Mensch, der in die Öffentlichkeit will. Das will er offensichtlich. Denen ist es durch die Lappen gegangen. Er ist dort drin gewesen und hat sich gesagt, wie kann ich jetzt größtmöglich öffentlichkeitswirksam mich präsentieren, indem ich halt natürlich diesen Move mache. Entweder von das eine Extrem ins andere, dann werde ich vermutlich aber von Ingo Zambroni nicht als letztes interviewt. Oder halt von ich bin AfD-Fan zu AfD ist ganz schlimm. Wenn er das geschafft hat und das wirklich so durchdacht hat, Killer Move hat aber meiner Ansicht nach das ARD die journalistischen Grundprinzipien komplett schleifen lassen. Weil das darf denen, also es darf denen nicht passieren, dass ein Laiendarsteller in dieser Show auftritt. Weißt du, ah, ja. Die ist nicht live, die Show, oder? Ich glaube, das weiß ich nicht. Weil, was mir gerade einfällt, da merkt man hier die kriminelle Energie. Die haben doch immer, es wurde ja jemand interviewt und dann wurde doch mal eingeblendet, wer das ist. Also da muss ich ja eigentlich schon wissen, wer wann interviewt wird, beziehungsweise es kann nicht völlig zufällig sein, oder? Natürlich kann da jetzt jemand, weil bei 100 Leuten, weißt du, schwierig, ich weiß nicht, ob du denselben Gedanken hast, aber der Moderator geht irgendwo random hin und dann weiß einer sofort, der das Knöpfchen drückt, weiß, ah, ich kenne ja alle 100, das ist jetzt hier die Erika Berger und dann drückt ihr aufs Knöpfchen. Also du musst das ja zumindest schon mal irgendwie so ein bisschen, außer du hast natürlich eine Post-Production, dann kann man sagen, okay, wir blenden es passend ein. Gut. Muss alles mitdenken. Ich lese gerade, sein Name ist Michael Schleiermacher, also war richtig. Wir nennen ihn Schleiermacher trotzdem. So, Schleiermacher, ich stimme, ich habe Schleiermacher gesagt, Schleiermacher, es tut mir leid. Jetzt kann man sagen, okay, er hat es geschafft, er hat die ausgetrickst, sie haben schlampig gearbeitet. Wenn man es auf Seiten der ARD ist, kann man sagen, sie wussten es einfach nicht. Und er ist ja vielleicht auch Bürokaufmann oder Bankkaufmann. Ich glaube, Bürokaufmann, ja. Es gab aber auch noch ein zweites Highlight von einer Dame, auch einer AfD-Anhängerin, die aber in dieser Sendung das Spiel falsch verstanden hat, weil sie ja dumm ist und auf der falschen Seite stand, dann von Ingo Zamperoni befragt wurde und er dann gesagt hat, ja, sie stehen ja aber falsch und sie dann wie ein bedröppelter Hund weggegangen ist. Ja, das stimmt. Problem ist, auch diese Frau ist eine Laiendarstellerin. Es gab doch noch, sogar noch einen zweiten Mann, auch noch, der auch noch. Diese Dame ist auch eine Laiendarstellerin. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur ihn natürlich, den Schleiermeier, und dann habe ich noch einen anderen. Also ich habe zwei Männer, dass die ... Nee. Aber sie auch noch, okay? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Christina Maria von Gusinski, Schauspielerin. Hier siehst du es. Ah ja, hier oben. Ja, genau, ich kenne dieses große Plakat, aber ich habe mir das nicht so genau angeschaut. Jetzt kann man denken ... Jetzt wird der Zufall sehr groß. Und es gab noch einen Schauspieler, der in derselben Agentur ist. Genau, das war so ein Grauhaariger, oder? Wie der Schleiermacher. Jetzt kann man sagen, okay, die haben sich abgesprochen und wollten beide da hin, weil das Buddys sind. Sie will auch da hin, weil sie ist Schauspielerin. So, okay. Die beiden hatten jetzt die Hauptauftritte. Sie, die dumme AfD-Wählerin, die das Spiel nicht versteht. Und er, der Geläuterte, der das Schlusswort hat. Kann immer noch sein, dass die ... Kann ein Zufall sein. Jetzt kam aber eine Liste raus, weil natürlich dann die Leute angefangen haben zu recherchieren. Und tatsächlich ist ein Muster erkennbar, was das so für Leute sind. Ich gehe mal die Namen durch. Also das ist jetzt Stand Mittwoch, war das? Welche Leute schon identifiziert wurden und deren Hintergründe? Die Nummer sieben, Arne Ahnemann, SPD. Die Nummer acht, Bärbel Beuermann, die Linke. Das war die Rothaarige, oder? Ich glaube schon, ja. Die Nummer 23, Dennis Knorn, SPD. Die 28, Doris Ruge Taugerbeck, der Ehemann ist in der SPD. Brigitte Grom, die 34, bei der Linken. Martin Hobmeier, die 70, bei der SPD. Die 72, Kevin Hönnecke, bei der SPD. Die 83, Claudia Meicher, bei den Grünen. Und dann ist hier noch einer bei der Partei. So. Wie kann es sein, dass in einem Format, das möglichst die gesamte Gesellschaft abbilden soll, so viele SPD-Parteimitglieder mitmachen? Da habe ich jetzt tatsächlich eine These dazu. Ich glaube, das ist relativ logisch, weil ich glaube mittlerweile, dass viele, ich sage jetzt mal der klassische FDP-Wähler oder auch Unionswähler. Die schauen das gar nicht. Genau, die schauen das gar nicht. Ich glaube, die würden sich da niemals freiwillig bewerben. Also ich glaube, von AfD-Wählern brauchen wir jetzt gar nicht sprechen, weil die sind ja sowieso schon viele, ich sage jetzt mal, komplett aus dem System verabschiedet schon. Nicht nur von der ARD, sondern von anderen Sachen. Und sind da superkritisch, über, hyperkritisch. Aber ich glaube auch selbst bei, der klassische FDP-Wähler ist jetzt, das muss man ja auch nur auf Twitter gehen, der klassische FDP-Wähler ist kein Fan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn die nicht von Wählern, das sind Parteimitglieder. Ja, aber gut, das stimmt, genau. Aber ich glaube, selbst Wähler würden sich da schon sagen, ja gut, komm. Also ich glaube, das ist einfach eine selbsterfüllende Prophezeiung in gewisser, oder wie man es nennen will. Aber klar, Parteimitglieder ist natürlich schon nochmal eine Nummer schärfer. Aber dass da eine gewisse Klientel ist, die sagt, ich will dahin, das halte ich jetzt schon für normal, für natürlich. Weil die halt einfach sagen, ja, hier. Okay. Guter Punkt, mega guter Punkt. Würde dann ja auch die ARD in Schutz nehmen, weil die bekommen Bewerbung. Ja. Und davon sind eh schon mal 80 Prozent eher dem linken Spektrum. Da bewerben sich halt, glaube ich, einfach gewisse Leute eher als andere. Das ist, glaube ich, logisch. Aber ich habe ja trotzdem die Möglichkeit, bei der Fülle an Bewerbungen, gehe ich mal davon aus, trotzdem ein heterogenes Bild zusammenzustellen. Das ist ja meine Pflicht. Weil wenn ich am Ende sage, wir wollen ja offen diskutieren, dann ist das ja meine journalistische Verpflichtung, dem zu gewährleisten. Oder nicht? Gut, jetzt müssen wir wissen, wie viel sie sich beworben haben. Ich gehe mal davon aus, es waren mehr als 105. Aber... Die Sache ist, das sind Parteimitglieder. Ja, ja. Und wenn ich das so sehe, du hast eigentlich super viele Parteimitglieder von linken Parteien und dann noch Schauspieler, die die Highlights haben zum Thema AfD. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, und das tut mir jetzt richtig weh. Über Jahre haben Leute, und mit denen will ich auch, die meisten, mit denen will ich nichts zu tun haben. Die sind mir auch super suspekt. Die haben immer gesagt, das ist die Lügenpresse. Aber wenn ich das hier sehe, ich finde kein Argument dagegen. Ja, mich macht das auch sauer, weil ich grundsätzlich genau derselben Meinung bin, dieses Lügenpresse und alles ist verzerrt und gelogen und sonst was, da gehe ich auch nicht mit. Aber die Qualität stimmt, ich glaube, man muss es anders, die Qualität stimmt hinten und vorne nicht mehr. Da passieren zu viele, es ist mir wurscht, ob es Fehler sind, ob das einfach so, dass man selber weiß, dass man es schon gar nicht mehr merkt, dass man irgendwie so drin ist. Ich würde einfach sagen, es ist ein Qualitätsproblem und ich glaube, wir haben einfach nicht mehr die Abbildung der Meinungen. Und das meine ich aber nicht, dass nicht über Meinungen gesprochen wird, sondern bei den Journalisten hast du einfach, und da gibt es ja auch Studienumfragen, die das belegen, das weiß ja jeder, dass im Endeffekt die Journalisten, die da arbeiten, generell Journalisten, generell eher SPD, Links, Grün wählen. Und da hast du es halt nochmal stärker und da fehlen einfach Stimmen. Ich würde einfach sagen, konservativ, liberal, das fehlt einfach. Und deswegen, da bin ich jetzt wieder bei meiner These, die meisten Leute haben das doch abgeschrieben, weil sie einfach sagen, ich meine, ich rede nicht über AfD, ich rede jetzt eher über Leute, die wie wir jetzt liberal sind, wirtschaftlich orientierter sind, einfach der klassische, lass es den FDP-Wähler sein, den CDU, CSU-Wähler oder Freie Wähler, wie auch immer, die einfach sagen, ach komm, schenke ich mir. Ich weiß eh, was da erzählt wird. Bringt nix. Und dadurch hast du ja nochmal eine Verstärkung dieses Effekts. Und das ist ja auch in gewisser Weise schon fast eine Echokammer. Hundertprozentige Zustimmung, aber ich würde weitergehen, weil du sagst, es ist eine unfassbar schlechte Qualität. Ja, aber es ist eine… Nicht bei allem, aber bei vielem. Es ist eine andere Dimension aber schon erreicht. Denkt dir mal Deutschland weg und die AfD weg. Stell dir mal vor, in einem Land ist Wahl und eine Woche vorher macht das Staatsfernsehen in Land X eine Sendung. Ein offenes Debattenformat scheinbar, der normalen Bürger. Und später kommt raus, dass dort Leihendarsteller sind und ein Großteil, ein überproportionaler Teil Parteimitglieder von einer politischen Richtung. Dann würde man sagen, es ist in Russland oder China oder sonst was. Wir würden alle sagen, es ist Propaganda. Wir würden das jetzt alle hier sagen. Nee, nee, das stimmt. Wir würden alle sagen, das ist Propaganda. Und das ist so, mir ist das, wenn ich das sage, mir ist das unangenehm, ernsthaft. Aber der Vorwurf, das ist eine Lügenpresse und das ist Propaganda, in diesem Fall, jetzt… Da gehe ich nicht ganz mit, weil ich habe es mir extra angeschaut, was ich sagen muss. Propaganda ist für mich zu krass, weil bei einer Propaganda würde ja gar kein Diskurs oder keine Meinung mehr stattfinden. Ich war sogar überrascht. Es kamen, und man hat es ja auch an einem Ergebnis gesehen am Ende, es hat sich nicht viel getan. Es wurden ja beide Seiten präsentiert und es haben tatsächlich auch relativ viele Menschen, ob das jetzt auch Schauspieler waren, ist mir wurscht. Es haben ja sehr viele auch da gesagt in der ARD, ich wähle, ich finde die AfD nicht schlimm, ich wähle sie aus dem Grund, beziehungsweise einer hat ja auch gesagt, ja, natürlich gehe ich nicht mit mit Höckes und anderen Aussagen. Aber er hat dann auch gesagt, es gibt genau solche bescheuerten Aussagen bei den Grünen oder bei der Linkspartei, zum Beispiel, dass die irgendwie die Reichen hier, ja, muss ich jetzt nicht wiederholen, die von Rixinger, glaube ich, hier, diese Ausfälle gegen Reiche. Also das fand ich schon, zumindest was angesprochen wurde, fand ich, da kann man jetzt keinen, den Propagandavorwurf nicht aufrechterhalten, weil ich fand, da wurde schon relativ ausgeglichen das Ganze präsentiert. Die anderen Sachen, das ist natürlich, das geht gar nicht, das ist peinlich und ganz ehrlich, die wissen doch mittlerweile, was da los ist, dass man, dann heißt es immer, wir müssen mit den Leuten reden und wir müssen irgendwelche zurückgewinnen. Wenn du so einen Schwachsinn da machst und sei das Zufall oder sonst was, trotzdem, es ist einfach hochgradig peinlich und das meine ich mit Qualität, das darf einfach nicht passieren. Und das stinkt halt so zum Himmel, ja, also dieser Part, ja, null Prozent, das geht einfach nicht. Um es abzuschließen. Es gab da am Ende, war ja noch eine ältere Dame, die gesagt hat, die war dann immer noch auf der Seite, nein, AfD ist keine Gefahr und wir sprechen immer über Angst der Geflüchteten, aber wir sprechen nie über die Angst von uns, hatte sie ja gesagt. Und dann sagt Ingo Zamperoni, ja, haben sie denn schon schlechte Erfahrungen gemacht oder ist es eine gefühlte Angst? Also auch so dieses, schon so dieses Belehren wollen, das war auch ein ganz, ganz komischer Augenblick, weil das ist wie, weißt du, wenn du in einer Therapie bist und du kommst hin und sagst, ja, ich habe Angst vor Spinnen. Ja, wurden sie schon mal irgendwie schwerst vergiftet? Nein, weißt du, den Menschen die Angst abzusprechen, weil es noch nicht zu einer Eskalation gekommen ist, finde ich ganz, ganz schwierig. Ich kann über viele Dinge Angst haben, ich kann Höhenangst haben und ich bin noch nie irgendwo runtergefallen. Wir können aber auch natürlich nicht Politik nur nach Angst machen, ich meine, wir haben auch entscheidende Fehler, zum Beispiel, das beste Beispiel ist ja heute, weinen wir alle darüber, mit den Kernkraftwerken. Damals, das kann man jetzt im Nachhinein, sind wir alle schlauer, damals hatten die Leute auch auf einmal furchtbare Angst und Mutti Merkel hat natürlich das gemacht, was sie am besten konnte, hier Fähnchen nach dem Wind ausrichten. Also, ich weiß, was du meinst, es ist immer so von oben herab eine gewisse Sache, das stimmt. Ich fand aber den Aspekt auch ganz gut, als sie die am Anfang mal rausgeschickt haben. Ich fand, da war mal gefühlt dieses, ja, so, ihr werdet jetzt nicht alle in die Ecke gestellt und beleidigt, sondern einfach mal, man muss irgendwie versuchen, dass man ins Gespräch kommt. Und ich fand, es hatte ein paar gute Ansätze. Ich finde, man landet halt immer wieder beim Schleiermaier. Ja, und bei den Parteimitgliedern. Wenn du das machst, dann musst du wenigstens kennzeichnen, dass das Parteimitglieder sind. Das ist auch ein guter Punkt, ja. Was ich sagen will, und darum geht es ja, ihr wisst ja, ich habe das ja tausendmal gesagt, ich sage es nochmal, weil es gibt immer wieder ein paar, die das nicht checken, so, ich bin Nichtwähler und ich halte die AfD auch für keine Alternative. So. Wenn ihr das doch aber macht, also, das war wieder, wieder mal das größte Geschenk, was ihr denn machen konntet. Ich meine, ich muss das mal so deutlich sagen, wie blöd seid ihr, wie bescheuert seid ihr in eurem Kopf, dass ihr das nicht versteht, dass ihr mit all diesen Dingen sie nur noch stärker macht. Ihr versucht, seit Jahren ist mit derselben Taktik. Es ist immer dasselbe. Und es funktioniert nicht. Sie werden immer. Das ist ja das Gegenteil. Es bewirkt ja sogar noch das Gegenteil. Ja, so. Es ist ja sogar, es ist wirklich. Nicht wirkungslos, sondern kontraproduktiv. Es wird, wie Einstein, es wird ihm immer zugesprochen, dieses Zitat, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Die größte Dummheit der Menschen ist es, immer dasselbe zu tun und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Genau das tut ihr. Es ist immer wieder dasselbe. Und da sind wir anderer Meinung. Das sind für mich Propaganda, zumindest Propagandamethoden, die dort eingesetzt wurden. Und es klappt nicht. Es funktioniert nicht. Und das ärgert mich so, weil am Ende ist wieder das Geheule groß, dass es dann heißt, wir haben die Demokratie verloren. Das, was ihr tut mit diesen Methoden, halte ich für ebenso demokratiegefährdend. Das ist für mich demokratiegefährdend. Leute, 30 Prozent der Wähler, 20 Prozent der Wähler auszuschließen, zu diffamieren und dann solche Shows zu machen, in dieser Einseitigkeit, halte ich für ganz, ganz, ganz gefährlich. Ich finde, was halt das Schwache ist, da müsste jetzt im Endeffekt auch mal wirklich ein Statement kommen und nicht drei Sätze, bla bla, sondern da müsste jetzt einfach mal, da müsste jetzt mal eine ausführliche Stellungnahme kommen. Ich glaube, die wird nicht kommen. Ja, natürlich nicht. Aber das ist ja das, deswegen ist ja da auch in gewisser Weise das Vertrauen weg. Und ja, wir gucken es ja auch nicht. Ich habe es mir jetzt extra mal angeguckt, weil ich das eben gesehen habe und gesagt, gut, man kriegt natürlich immer, man muss natürlich auch selber aufpassen, man kriegt auf Twitter immer irgendwelche Häppchen. Und was gewisse Leute auf Twitter mittlerweile von sich geben, das ist ja super, da wird ja nur noch in superlativen, vom größten Skandal aller Zeiten gesprochen, deswegen habe ich es mir mal angeschaut. Die ganze Sendung gibt das jetzt für mich nicht her. Trotzdem, es sind, wie du es, und da bin ich 100 Prozent bei dir, es sind halt Steilvorlagen, es verschlimmert die Probleme nur noch immer mehr. Und du hast völlig recht, das irgendwie zu verteidigen, ja, da macht man sich dann natürlich auch lächerlich. Ich wollte jetzt nur einfach mal den, ich wollte das ganzheitlich sehen und man kann jetzt nicht sagen, dass alles, was dort passiert, irgendwie Propaganda ist oder dass es völlig verzerrt ist. Da gehe ich überhaupt nicht mit. Trotzdem, diese Sachen, es ist halt, ja, was soll man dazu noch sagen? So, ich habe eigentlich ein anderes Thema. Es geht aber in dieselbe Richtung. Also, ich bin unsere alten Folgen durchgegangen. Vom Locker Room? Ja. Und war sehr stolz. Wir hatten mal eine Ausgabe zum Thema, passt eigentlich, nein, da haben wir uns den Slogan Go Vogue, Go Broke mal angesehen, ob das stimmt. Warum habe ich das getan? Es kam jetzt jüngst eine neue Studie raus, die sagt, dieser Satz ist vollkommen falsch. Ich kann dir das hier zeigen, warte, warte, warte. Hier steht es. Es war eine Studie, die 392 Marken analysiert hat. Ich glaube, zwischen 2020 und 2023 in 58 Ländern. Okay, das ist wichtig, dass es auch in verschiedenen Ländern ist. Ja, also ist schon groß, ist schon groß über einen langen Zeitraum. Und die sagen auch, das ist die erste Studie dieser Art, die jemals gemacht wurde. Und dabei kam raus, dass wer inklusives Marketing macht, kann knapp 3,5 Prozent seine kurzfristigen Sales nach oben treiben und 16 Prozent langfristig. Und hier steht, it seems to persuade 62 Prozent of buyers to choose a product and make 15 Prozent of shoppers more loyal. Also super Ergebnisse, wenn man das tut. Ich habe mir dann mal angeschaut, von wem diese Studie ist. Ich wollte gerade sagen, das ist immer die entscheidende Frage, wer hat denn die Studie in Auftrag gegeben bzw. wer hat sie durchgeführt? Die ist von der Unstereotype Alliance, a business initiative convened by UN Women. Also bei der UN, eine Frauenorganisation hat das in Auftrag gegeben. So, dann habe ich mir mal angesehen, okay, unabhängig von dieser Studie, lass uns das mal wegschmeißen, wir beide hier, das ist nervig für die Zuschauer, glaube ich. Wir beide, dann habe ich mir angesehen, was geht denn aber gerade in der realen Wirtschaft ab? Weil das ist ja jetzt eine Studie, die sagt, go woke, go broke, stimmt nicht. Im Gegenteil, wer woke ist, kann mehr Umsatz machen. Sollten wir uns merken für Beating Beta. Und da passiert gerade extremst viel. Und das habe ich nicht mitbekommen. Und jetzt sage ich dir einen Namen und du sagst mir, ob du diesen Herrn kennst. Robbie Starbuck. Sagt er dir was? Ein Far-Right, also ein sehr rechter Influencer, auf X unterwegs, ehemals Twitter. Und der schafft etwas, was wirklich, wirklich krass ist. Ich sage dir was. Robbie Starbuck called Unternehmen out, also der öffentlich prangert der Unternehmen an, die in irgendwelchen Nachhaltigkeitsrankings sind. Also es gibt zum Beispiel, dass den CE, also das ist der Corporate Equality Index, der Mr. und sowas. Ja, so. Und dann gibt es verschiedene Dinge. Und er schafft es, dass diese Unternehmen dort rausgehen. Er hat bislang sieben Unternehmen öffentlich. Aber was ist der Spin quasi? Also er sagt, dass sie das nicht richtig machen oder er sagt, dass sie das nicht machen sollen? Der sagt, dass sie das nicht machen sollen. Warum? Weil sie sonst pleite gehen? Ja, oder was ist dann? Weil die sich leckerlich machen. Ja, okay. Diese Unternehmen sind Molson Coors, die kenne ich nicht, Harley-Davidson, Lovis, Tractor Supply, Brown Forman, die machen Jack Daniels und Ford. Also große Unternehmen. Und die gehen gerade alle raus. Die verlassen diese Rankings. Also die geben keine Daten mehr raus. Würdest du ja wahrscheinlich nicht machen, wenn das Geschäft jetzt in den letzten drei Jahren sich verdreifacht hat. Richtig. Weil wenn das ja so positiv wäre und wenn die Umsätze so stark steigen würden, dann würde man ja drinbleiben und würde sagen, Robby Starbuck, du bist ein Vollidiot. Heißt der wirklich so? Er nennt sich so. Ich weiß nicht, ob es... Schöner Name. Fast so schön wie Schleiermeier. Robby Starbuck Schleiermeier. Ja, warte mal. Jetzt das einmal nachschauen, weil sonst erzähle ich ihm irgendeinen Scheiß. Genau. Das ist dieser CEI, das muss man wissen, das ist von dem Human Rights Council, also HRC. Und dort treten die alle aus. Und ich war jetzt auf der Seite von denen, vom HRC. Und guck mal, was die oben für einen riesen Banner haben. Also die gehen da drauf ein. Ach so, da jetzt, ich hab oben. Ja, nee, nee. Ja, okay. Die, die... Also ich, ich werde es einblendern. Die schreiben hier, this isn't just policy, it's personal. Millions of hardworking Americans and families count on these companies. Und dann Tractor Supply, Deer, Lois, Harley-Davidson, Ford, Jack Daniels, etc. Und, äh, ja. Aber die können doch machen, was sie wollen, oder? Das sind doch private Unternehmen. Äh, die können machen, was sie wollen. Und sie liefern jetzt halt keine Daten mehr für diese Indizes. Das ist aber frech. Weil, und da bin ich jetzt halt, äh, dann dachte ich so, okay, das ist aber irgendwie eine riesen Diskrepanz. Also auf der einen Seite heißt es in der Studie, es ist gut. Robbie Starbuck, irgendwie schafft es, dass alle, äh, rausgehen. Und er, äh, es ist übrigens lustig, sein, sein Twitter-Account, er kündigt immer mehr an. Also er ist sehr gut im Teasern. Musst du dir mal reinziehen. Das ist... Das muss ich mir mal anschauen. Aber da muss ich jetzt auch schon mal wieder in die Suppe spucken. Also erstens glaube ich, ich, ich glaube, dass das generell genauso schwer zu messen ist, ob dieser Satz Go Woke, Go Broke stimmt. Genauso wie es schwer zu messen ist mit diesen ganzen Indizes und Nachhaltigkeitssachen. Das hast du ja auch, äh, schon öfter schön, ähm, vorgeführt, auch in deinem, auch in deinem Buch, glaube ich, sehr schön erklärt. Äh, wie schwer das ist, das zu messen. Denn eins ist mir gerade aufgefallen bei den Marken. Das sind... Konservativ. ...ehr männliche Marken. Harley-Davidson ist ja der Klassiker. Jack Daniels. Also das ist natürlich auch eine Frage, was habe ich für eine Zielgruppe? Also bei einer weiblichen Zielgruppe ist vielleicht, oder ist jetzt auch schon wieder sehr plump, aber bei einer weiblicheren Zielgruppe, bei einer linken Zielgruppe, ist wahrscheinlich Go Woke, Go Broke, äh, nicht so richtig. Wenn ich jetzt den typischen, äh, Trucker oder Harley-Davidson-Kunden habe, dann ist es wahrscheinlich eine Vollidiotie. Also ich glaube, ja, diese ganze Welt messbar zu machen, versuchen über einen Kamm zu kehren, zu scheren, das ist ja generell schon gaga. So, für ein, weiß ich nicht, Kinderspielzeug herrscht, ja, nee, wobei, das ist ja auch so ein Markenfehler gewesen, bei Disney zum Beispiel, die ja dachten, okay, die Kinder sind die Kunden, was halt nicht der Fall war, weil die Eltern haben die Fernbedienung. Ja, ja. So, ähm, aber es gibt Marken natürlich, weiß ich nicht, Kosmetik für junge Menschen, etc., wo das natürlich super wichtig ist, wo es auch x Studien gibt, dass die nachhaltige, also Nachhaltigkeitskommunikation gut ist. Aber bei diesen Marken, wenn diese Marken halt anfangen, in die Vogue-Schiene zu gehen, das ist halt Anfang vom Ende. Ähm, Harley-Davidson hatte einen riesen Shitstorm von der eigenen Community. Ich meine, jetzt mal, ich möchte jetzt keinen... Äh, Budweiser war es doch auch, glaube ich, oder? Das war damals unser Aufhänger. So, ich sag jetzt mal, ich möchte keinen Harley-Davidson-Fahrer jetzt unter einen Kamm scheren alle, aber der typische Harley-Davidson-Fahrer, der hat jetzt, glaube ich, nicht so viel mit Gender-Sternchen am Hut. Also, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Du hast gerade einen schönen Satz gesagt, du hast gesagt, zum Beispiel bei Kosmetik, dass Nachhaltigkeitskommunikation wichtig ist. Das ist ja auch nochmal ein sehr schöner Punkt. Ich glaube, kein Mensch hat was gegen Nachhaltigkeit, aber die Frage ist ja immer, sind die Unternehmen wirklich nachhaltig oder ist nur die Kommunikation nachhaltig? Und das ist ja auch so ein Ding, dieses typische Greenwashing, das wäre wirklich mal interessant. Und das bräuchte man eigentlich mal so eine unabhängige Agentur, Organisation, die sich mal dieses ganze Zeug anschaut und dass wirklich, dass man sagen kann, diese Unternehmen sind wirklich nachhaltig und die tun nur so. Weil das ist ja auch ein Riesenproblem. Kannst du nicht. Ja, aber das, weil die Kommunikation so zu machen, also die Brands so zu machen, weißt du, dass es nachhaltig aussieht, dass wir nachhaltig kommunizieren, das ist ja schön und gut. Aber wichtig ist ja, was am Ende dabei rauskommt, wie gut sind die Produkte. Was mache ich wirklich? Wie verpeste ich die Umwelt oder verpeste sie nicht? Das ist ja alles wichtig und gut. Aber da glaube ich, bei vielen, da darf man auch nicht unter das grüne Deckmäntelchen schauen. Das ist ja das Problem. Ich habe zu dem Thema, habe ich meinen Schweizer Mentor Roland angerufen. Der ist der Schweizer Markenpapst. War Procter & Gamble, Johnson & Johnson, also die ganz Großen. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, über diese Studie und alles, weil er hat früher Market Research, das ist ein Brot-und-Butter-Geschäft. Und er hat auch sofort gesagt, ja gut, bei denen, die das halt in Auftrag gegeben haben, was erwartest du? Aber er hat auch gesagt, also zu dem ganzen Thema Vokeness, hat er es auf einen Satz runter reduziert. Und Vokeness darf in einer Brand immer nur in der Tonalität stattfinden. Es darf aber niemals zur Substanz werden. Das fand ich ganz passend. Ja, das tut es gut. Weißt du, was mir da gerade anfällt? Weißt du, wie ich darauf gekommen bin? Tatsächlich über die ARD, weil ich in die Mediathek bin. Und dann habe ich da gesehen, diese Trad Wives, also Traditional Wives, denke ich, heißt das. So dieser Trend jetzt wieder, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber es gibt halt ein paar, die das auch auf Social Media machen. Sozusagen wieder, ich spiele sie nicht, ich spiele sie oder ich bin sie, ist ja wurscht, auf jeden Fall klassische Hausfrau. Ich bin Islamist für mich was. Und das wird ja jetzt auch, es ist genau wie das Comeback von Stefan Raab, ist das natürlich auch eine Gefahr, dass eine Frau selber darüber entscheidet, was sie macht. Und es gibt halt auch Frauen, die, es gibt Karrierefrauen, es gibt Frauen, die finden es toll. Es ist schrecklich, dass es Frauen gibt, die Kinder großziehen wollen. Ja, das ist schon, ich finde das auch mittlerweile, weißt du, was ich so schön finde, mittlerweile ist alles eine Gefahr. Also sogar Stefan, Raab ist eine Gefahr. Ja, Raab in Gefahr hieß es doch mal. Ja, ja, Raab in Gefahr. Das finde ich schon auch sehr schön. Wann werden wir denn das erste Mal als Gefahr abgestempelt? Das weiß ich nicht, dafür sind wir zu, viel zu intelligent. Weißt du, was, ähm, was mir diese Woche aufgefallen ist? Klingt jetzt wie eine absolute Binse, aber ist dir schon mal aufgefallen, wann wir die besten Ideen haben? Und mir ist das nicht nur bei uns aufgefallen, sondern generell, wann ich auch, äh, z.B. privat die, die besten Gespräche habe? Jetzt müsste aber schon klingeln. Wenn, wenn wir was essen gehen, wenn wir im Wirtshaus sitzen, also irgendwie auch geschäftlich, also irgendwie hat man da einen anderen Flow. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht ist es auch, vielleicht ist ein Faktor, wenn man in der Öffentlichkeit ist, kann man nicht nur über Schwachsinn reden und irgendwelche blöden Witze machen, sondern da muss man sich mal normal unterhalten. Das fällt schwer. Das fällt schwer, aber dann, ähm, dann kommt der vernünftige, normale Mensch, da kommen der smarte Sinan und Marvel raus und schon auf einmal. Ja, doch, das stimmt. Hagelt sie den. Das ist, also, Wirtshaustest für euch Leute. Ja, Wirtshaus sein kann, einfach essen gehen, ist auch völlig wurscht, ob das Nobel, Urich oder sonst was ist. Einfach mal hier die Frau, die Freundin, den Freund, den Geschäftspartner nehmen, was essen gehen und dann flutscht das. Der Wirtshaustest. Ich finde es aber immer ein bisschen komisch, wenn einer dann so viel redet und dann viel, noch viel mehr Essen auf dem Teller hat als der andere. Ja, wenn ein anderer ein Vortrag hält. Kennst du das? Das muss man so ausbalancieren. Oder man muss sehr schnell fressen, wenn man viel redet. Ja, ja, dann. Weißt du was, ich habe diese Woche einen sehr, sehr lustigen Werbespot gesehen und zwar, der ist schon älter, damals, da hat Coca-Cola irgendwie viel mehr Dosen als Pepsi verkauft und wirklich genialer Werbespot. Ein kleiner Junge geht zum Automaten, ja, und lässt sich erst zwei Cokes raus, stellt die auf den Boden, geht hoch, damit er in die Pepsi kommt. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist gut. Ja, ja, das ist so ein bisschen ... Habe ich davor, ich glaube, ich kannte den auch, aber ewig nicht gesehen. Das interessiert jetzt keinen Menschen hier, was ich sage, aber diese Kreativität in der Werbung, die ich sehr zu schätzen weiß, ist eigentlich komplett abhandengekommen. Das sind, glaube ich, zwei Dinge sind dafür entscheidend. Einmal die Vokeness, weil schau dir mal Werbung, nicht nur die Vokeness, die Political Correctness, sorry, ist es noch größer. Aber schau dir mal früher die Autowerbungen an, die haben sich gegenseitig hops genommen, wie sonst was. Das war normal. Ich glaube, es gibt aber auch Vorschriften, ich weiß nicht, ob die verschärft wurden, aber vergleichende Werbung ist halt schwierig. So schlecht, mein Gott, lass die doch. So, das war ein Riesenthema, weil da waren richtig geile Sachen früher dabei und du hast halt durch das Performance Marketing, durch Google Ads und so, ist es halt nur noch so auf Conversion, Conversion. Und es ist kaum noch Platz für so kreative Werbung, wo man so einfach nur schmunzelt, wo man vielleicht nicht kauft sofort, wo man aber einfach nur schmunzelt und denkt, hey, das ist ganz lustig. Dafür ist kein Platz mehr, weil die Budgets eng sind und dann geht halt alles da rein, was den Leuten Geld bringt, den Unternehmen Geld bringt. Ist ein bisschen schade, so die Romantik guter Werbung ist abhandengekommen, wobei ich so ein bisschen wieder so ein Switch kennenlerne oder irgendwie klar wird, das Thema Writing Skills, also Copywriting. Ja, Copywriting ist eigentlich so die Abfallform dessen, was eigentlich… Ich finde den Ausdruck Copywriting so komisch, ich wusste früher auch… Ja, Copywriting ist für ChatGPT, aber so Leute, die halt wirklich so geile Slogans, so geile Zeilen machen können. Werbetexter dann. Ja, aber halt wirklich auf hohem Niveau. Ich habe das Gefühl, das kommt wieder und ich freue mich da, richtig, weil das ist so, da fühle ich mich zu Hause. Ich mag das. Da fällt mir noch eine coole Werbung ein, habe ich, glaube ich, auf TikTok gesehen, auch schon älter. Da wird ein Mann quasi auf der Straße, so Straßenumfrage, so, welche Automarken kennen sie? Der hat so eine Warnweste an und dann zählt er halt auf irgendwie, ja, Volkswagen, BMW, Audi und dann fragt der Reporter so, ja, was ist mit Mercedes? Ah ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. Und dann geht er zu seinem Auto und es ist, er ist vom ADAC. Also auch eine sehr coole Werbung. Ja, es gibt so ein, es gibt wirklich, war das von Rolex, also früher irgendwie, das Lauteste, was sie hören, ist das Ticken der Uhr. Der beste Slogan wirklich, da sind wir beim Thema Uhren, aktuell für mich, ist von Patek Philipp. Ne, hier, Patek Collector, wenn du es hörst. Der kommentiert jedes Mal. Ähm, Slogan von Patek Philipp, nein, wirklich ein Meisterwerk, kennst du ihn? Ich habe ihn gerade nicht parat, glaube ich, wenn ich ihn höre. Starten Sie Ihre eigene Tradition. Ja, aber hätte ich jetzt nicht, boah. Und dann immer, hätte ich jetzt nicht parat gehabt. Und dann ist es immer so ein Bild, ein Mann mit seinem Sohn und dann halt, so starten Sie Ihre eigene Tradition. Was ein geiler Slogan für diese Marke. 100 Punkte, wer sich das ausgedacht hat. Ist auch so, also so eine Uhr weiterzugeben, weiter zu vererben, wie auch immer, muss man ja nicht vererben, kann man ja auch schon, wenn man noch die Radieschen von Oma anschaut. Er hat übrigens, er hat übrigens nach unseren Uhrenkollektionen gefragt. Wollen wir die offenbaren? Er hat, um richtig zu zitieren, welche Uhr trägt der Türker da, glaube ich, geschrieben? Ja, aber dann, nein, nein. Zum Thema Alltagsrassismus, was du dir alles anhören musst. Ja, ist gut. Wobei ist ja auch nicht ganz, du hast ja türkische Wurzeln. Ist ja nicht gelogen. Weißt du, das Wort Türke, Türke und Jude werden saunegativ, also sie werden so sauvoll negativ irgendwie so dargestellt. Also wenn jemand zu mir sagt Türke, dann denken alle immer, der wird mich beleidigen. Aber so bei Türken und Juden, da ist das voll krass, aber es gibt so Nationalitäten. Italiener ist zum Beispiel sehr positiv. So, der Franzose. Spanier. So, ja, sag aber. Amerikaner, auch positiv. Aber der Türke. Brite. Ja, stimmt. Ja, ich weiß, was du meinst. Oder, weißt du. Da kommt es von kurzen Türken. So, ja, das ist irgendwie, es gibt so negativ Behaftete, wo es gar keinen Sinn macht, wenn mich jemand Türke beleidigt. Absolut in Ordnung. Da fällt mir der Schachtürke ein. Das war, das gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag, das war irgend so ein, ich weiß gar nicht, müssen wir da mal nachgucken, das war irgend so ein, irgendein Betrüger. Der Schachtürke. Ich muss das mal nochmal nachlesen. Also Kümmerskürke kenne ich, also das war ja früher immer so. Das war ja einfach eine primitive Beleidigung. Ja, der Schachtürke, den gab es wohl wirklich. Der Schachtürke. Der Schachtürke. Ich habe mal erzählt, woher das Wort kommt, getürkt, ne? Weiß ich auch nicht mehr. Kann sein. Erzähle ich, also ich hoffe, das stimmt und ich bin nicht jemanden auf den Lein gegangen. Früher am Hamburger Hafen, wenn ein Schiff von einem anderen Land eingefahren kam, dann wurde die Nationalhymne gespielt. Oder die Flagge gehisst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Flagge, ja, oder? Bei einem türkischen Schiff haben die das Falsche gemacht. Aus Versehen. Und dann hieß es, du wurdest getürkt. Eigentlich wurden die Türken getürkt, aber es wurde so umgedreht, dass der Türke einen türkt. Aber der Türke wurde vom Hamburger hart getürkt. Das müssen wir mal nachlesen. Also gut, kann auch sein, dass früher da eine ganze Zeit eine Kapelle stand, aber ich weiß es nicht. Ich würde jetzt schon eher, klassisch ist ja Flagge, oder? Äh, getürkt. Was ich noch erzählen kann, sehr witzig bis traurig, man weiß es nicht, dass Intel ja jetzt das verschoben hat in Magdeburg. Weißt du, was Wahnsinn ist? Das habe ich mir neulich, das habe ich neulich gelesen, dass diese Intel-Fabrik, vielleicht kommt sie irgendwann noch, schätzt mal, wie viel Millionen Liter Wasser die pro Tag verbrauchen würde. Was nochmal, sorry. Intel hat ja jetzt die Fabrik da auf Eis gelegt, die Chip-Fabrik. Schätz mal, wie viel Liter Wasser die täglich verbrauchen würde, nach Schätzungen. Zwei. 18 Millionen Liter Wasser pro Tag, angeblich. Die Hälfte davon, was ganz Magdeburg verbraucht, pro Tag. Schon sportlich. Die sind im Nachhaltigkeitsindex wahrscheinlich sehr hoch. Ja, ja, glaube ich auch. Ja. Weil zwei Frauen im Vorstand. Diese Rankings sind ... Nein, 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 die haben einen Behindertenbeauftragten und zwei Frauen im Vorstand. Und deshalb haben die 100 von 100 Punkten im CE-Ranking. Der Brandenburger hat kein Trinkwasser mehr. Ja, die machen sich da tatsächlich Sorgen. Aber der ist ja eh AfD-Wähler, von da ist er egal. Ja, ist er egal. Ja. Dann muss er umziehen. Nee, die haben sich tatsächlich auch Sorgen gemacht, dass der Boden wohl eh schon trocken ist. Und ey, ich glaube, das ist ... Also mit dieser Chipfabrik, das ist wirklich von Subventionen bis trockenem Boden, bis Intel muss massiv sparen. Das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Leider ist es wirklich passend wie Faust aufs Auge für die deutsche Wirtschaftsstory gerade. Es passt eigentlich perfekt rein. Hätte man sich gar nicht dümmer ausdenken können. So eine richtige Pannengeschichte. Das habe ich auch ... Das finde ich auch ganz toll von ... Das habe ich vor kurzem bei Steingang gehört. So Aufreger des Tages oder so. Dass sich Berlin ... Das finde ich auch so peinlich. Berlin macht sich mal wieder so witzig drüber, selber lustig, wie schlecht alles ist. So, wir können keine ... Bei uns gibt es nicht die Qual der Wahl, sondern wir wählen dann einfach nochmal. Und irgendwie über den Bär und so. Das ist auch so ... Also, über sich selbst lachen können, finde ich gut und wichtig. Aber eine Hauptstadt, die ein absolutes Shithole ist, ich finde, da gibt es eigentlich nichts, was man drüber lachen kann. Da kann man sich eigentlich nur noch schämen. Galgenhumor. Ja, das ... Nee, ich finde das nicht witzig. Ich glaube auch, dass ... Ich glaube, wir sind wahrscheinlich wirklich das einzige Land der Welt, in dem eigentlich jeder die Hauptstadt hasst, außer die, die dort sind. Und in der auch so eine Hauptstadt irgendwie so ein absolutes Shithole ist. Also ... London. Ja, London ist aber schon eine coole Stadt. Ja, aber ... Was da abgeht. Ja, aber London ist trotzdem eine ... Schon ... Also, London würde ich jetzt schon weit über Berlin sehen, trotzdem. Natürlich, in jeder großen Stadt gibt es Probleme, aber ... Also, Berlin, finde ich, ist schon ... Berlin ... Ich will jetzt nicht Berlin komplett schlecht machen. Berlin ist auch eine tolle Stadt, aber ... Nee. Die Entwicklung ... Nein, es gibt in Berlin ja auch tolle Sachen, aber Berlin ist, finde ich, halt schon in einem ... Ist auch in Magdeburg. Magdeburg soll doch ganz schön sein, oder? Da war ich noch nie. Berlin ist halt einfach in einem bemitleidenswerten Zustand. Also, das ist schon ... Wäre ja nicht so, dass man nichts draus machen könnte. Hätte Potenzial. Darf ich kurz abschließen mit einer Sache? Gerne. Dann sind wir zeitlich auch voll im Rennen. Wir haben ja heute wieder viel Zündstoff geliefert, glaube ich. Und was auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man, das ist ja auch Sinn dieses Podcastes, anderer Meinung hat, ist und das auch kundtut, freuen wir uns auch. Dafür stehen wir ja. Wir sind ja quasi das Echte, die 100. Ja. Wir sind ja mehr als 100. Wir sind ja mal ein paar Tausend. Und bei uns darf wirklich jeder seine Meinung sagen, solange sie natürlich jetzt nicht menschenverachtend ist. Und dafür ist wirklich eingeladen, das zu teilen, kriegt dann auch auf die Fresse. Natürlich immer sachlich und es ist alles gut. Nein, darum geht es ja. Wir müssen es ja aushalten. Ich habe nur eine Bitte, weil mich das nervt von allen Seiten. Mich nervt in den politischen Debatten bei Maischberger oder sonst was immer so dieses Parteigeficke. So, ihr habt das gemacht. Rot-Grün hat das gemacht. Das ist ja das, was die Leute nervt. Ja. So, es wird ein Problem angesprochen und dann heißt es erst mal vom CDU-Politiker, was die rot-grüne Regierung damals gemacht hat und dann andersrum, was die CDU damals gemacht hat. So, das will keiner hören. So, ich will das aber auch nicht in Bezug auf uns hören, weil ihr werdet uns nicht bekehren. So, ihr werdet oder ich spreche jetzt nur von mir, ich weiß, dich werden sie auch nicht bekehren. Ihr werdet mich nicht bekehren, wenn es jetzt heißt, oh, Sinan geredet wie ein Löwe, aber es gibt nur eine Wahl für dich und dann irgendwelche blauen Herzen schicken oder sonst was. Leute, hört auf mit diesem Parteidings. Da haben wir keinen Bock drauf. Der ganze Content, den wir machen, besteht ja nur eigentlich daraus, also Lockerung besteht ja daraus, möglichst breit, also ideologiefrei zu denken. Ja, und das ist ja das Wichtigste und das ist ja auch das Schöne. Das kann ja theoretisch, kann das ja jede Partei, theoretisch in der Praxis machen es halt leider nicht so viele, aber mir blutet jeden Tag mein Herz und das ist jetzt auch öffentlich, jeden Tag mein Herz, dass ich die FDP nicht wählen kann. Ich kann es nicht von meiner Überzeugung, obwohl ich ein liberaler Mensch bin. Ich bin eigentlich in meinem Herzen bin ich gelb, weil ich finde, den Liberalismus ist die tollste Errungenschaft, die wir haben. Aber ich kann das nicht, wenn ich das sehe. So. Und das ist jetzt ganz offen gesprochen. Und ich würde so gerne, wirklich, ich würde so gerne mal mit dir und Christian Lindner hier sitzen und ihm das als wirklich als jemand sagen, der eigentlich nahe stehen müsste. Meine Enttäuschung mal wieder spiegeln und ihm das einfach mal, nicht aggressiv, nicht irgendwie mit wieder politischen Parolen, nein, einfach ihm das mal so sagen und dann fragen, hey, woran liegt es? Ich glaube, die Unzufriedenheit bei der FDP, bei FDP-Wählern sowieso, gut, das siehst du ja in den Umfragen. Also, dass da keiner zufrieden ist, das ist ja offensichtlich. Aber jede Partei hat Punkte, wo ich sage, ja, darüber lohnt es sich zumindest nachzudenken. Wirklich, fast jede. Ich bin ja auch mental am Nichtwähler relativ, ja, mental bin ich auch Nichtwähler, weil da jetzt keine Partei da ist, wo ich jetzt sage, ich finde das sowieso peinlich, sich so ein Parteisoldat zu sein, egal für welche Partei. Eigentlich, also, im Endeffekt ist ja jeder Mensch, wenn man das jetzt mal ganz böse sagt, jeder Mensch, der sich einer Partei zu 100 Prozent verschreibt, ist eigentlich schon mal ein Idiot, weil Parteien, also Parteien haben ja in gewisser Weise die Aufgabe, extreme Positionen zu vertreten oder ideologische Positionen und jeder, der eigentlich sich einer Partei zu 100 Prozent verschreibt, der ist eigentlich schon mal ein dummer Mensch, weil ich muss ja dann, wenn die Partei irgendwas macht, muss ich das ja auch gut finden. Ich muss ja alles gut finden, was die Partei macht. Ja, also, oder sagen wir, was sie zu kriegen, aber du hast recht. Nee, anders ausgedrückt, man kann ja in der Partei sein, aber wenn man immer alles gut findet und verteidigt, also, die Partei könnte ja auch absoluten Mist machen, dann muss ich es auch gut finden. Also, es gibt ja Gott sei Dank auch kritische, zum Beispiel, das beste Beispiel, wirklich ein Musterbeispiel ist ja Zittelmann, der ist auch in der FDP, macht aber eigentlich die ganze Zeit nichts anderes, als die FDP zu kritisieren. Solche Leute braucht man ja. Das ist ja wichtig. Das wäre ja auch bei den Politikern wichtiger, dass man sich quasi, du kannst dich nicht ständig über die Parteien wegsetzen, aber dass man im Endeffekt Sachen macht, die richtig und wichtig sind und nicht sagt, ja, okay, die Partei hat jetzt irgendwas beschlossen, ist zwar absoluter Schwachsinn und ich muss den jetzt irgendwie verkaufen. Das ist ja das Problem. Bevor die Leute uns jetzt komplett zerreißen, möchte ich, du hast recht, ich möchte es aber, wer jetzt Parteimitglied ist, weil diese Parteien, wenn ich mir das ansehe, du hast Zittelmann angesprochen. Ja, Zittelmann macht das. Zittelmann hat aber nichts zu melden in der FDP. Anderes Beispiel, Boris Palmer. Rausgeschasst worden. Leute, die noch einen eigenen Verstand haben und nicht linientreu sind und alles mittragen, was beschlossen wird, die kommen ja gar nicht mehr in die Position, dass die irgendwie eine Entscheidungsgewalt haben. Ja, das meinte ich ja. Das ist ja das Problem. Das ist ja der Schwachsinn, dass halt irgendwas gemacht wird, was im Zweifel nicht sinnvoll ist. Wenn ich in eine Partei gehen würde und ich könnte mit meinem, ich zum Beispiel jetzt, mit meinem Dickkopf, ja, könnte ich aber trotzdem was reißen und könnte nach oben gehen und Karriere machen und vielleicht irgendwann den Parteivorsitz machen, dann wäre das ja eine geile Partei. Aber das ist ja ausgeschlossen, dass jemand wie ich irgendwie eine Karriere in der Politik machen würde, weil ich halt nicht stromlinienförmig alles mittrage. Ja, das heißt ja, dann geht doch in die Politik, dann verändert doch was. Ja, das ist ja genau das Problem, dass man solche Leute im Zweifel eher nicht… Na, es gibt nur einen Weg, eigene Partei. Ja, das… Aber das ist halt… Das geht dir dann auch um die Ohren. So, ja. Es ist halt… Es geht, also, einer anderen Partei sich anzuschließen, geht de facto nicht, weil die Parteien antidemokratisch… Also, das Parteienprinzip ist antidemokratisch, weil keine anderen Meinungen zugelassen werden. Sie werden zwar zugelassen, rein förmlich, aber du kommst da nie in Position, wo du eine Entscheidungsgewalt hast. So, und das ist schon mal ein Riesenproblem. Und deshalb schließe ich das für mich schon mal aus, um eine eigene Partei zu machen. Nein. Es interessiert sich keiner für mich. Ich habe dafür keine Zeit. Nein. Fun fact, ich habe neulich… Eine Partei gegründet. Nee, das passt gut dazu. Von einem Fan von uns, den wir nicht kennen. Also, ein Freund von mir hat mir was… Der war unterwegs und hat da jemanden kennengelernt. Und hat dann hier einen Kommentar vom Lockerung-Talk geschickt. Also, großer Fan. Und der hat irgendwie gesagt, was wir nach dem Motto, Sinan muss Deutschland retten. Also. Ich muss erst mal mich selber retten. Wie würde deine Partei heißen? Das überlege ich mir bis zum nächsten Mal. Ich auch. Ja, es ist eine gute… Überlegen, gut. Hass. Freiheit. Das ist… Ja, komm. Wohlstandspartei. Ich finde ja vier vom Partei der Vernunft. Den Namen finde ich gut. Ja, das ist mir zu… Ja, das ist mir trotzdem zu… Das ist mir schon wieder zu moralisch. Da fände ich… Ich wäre eher Fan von sowas… Sowas wie Macron oder so En Marche oder so. Irgendwie so… Das gefällt mir auch nicht. Aber weißt du, so ein bisschen… Donnerleutchen. Ja. Donnerlittich. Irgend so ein bisschen was Dynamisches. Wir überlegen… Lass uns das mal machen. Hier mit Canva. Lass das mal wirklich machen. Ja. Wir machen mit Canva jeder bis zum nächsten Talk Name und Logo seiner Partei. Ja. Ja? Gute Idee. Ja, ist eine gute Idee. Name und Logo seiner Partei. Dann müssen wir es auch am Ende noch gründen. Gut, Leute. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung. Danke dir. Danke euch. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.